hallo leute ich wurde gefragt wann das nächste mal ein neues video kommt momentan ist es bei mir so ich habe verdammt viel um die ohren die zeit reicht leider irgendwie für gar nichts ja tut mir leid wenn ihr warten müsst aber ich denke mal ich werde euch in den nächsten wochen ein schönes video aus dem aus einem wintercamp vorbereiten habt ihr mal was zu schnöckern ich die frostbeule gehe ins wintercamp treffe mich da mit einem ja mit einem bären guter kumpel von mir der auch schon ein paar videos hochgeladen hat und in der beschreibung werde ich mal seinen kanal verlinken ja wie ihr seht ich genieße so ein bisschen nach feierabend das bisschen schnee was gefallen ist und ach so was ich noch sagen wollte die zeit hat nicht mal gereicht bei mir um euch noch ein frohes neues jahr zu wünschen weise einen guten rutsch will ich hier mit nachholen ich hoffe ihr seid alle gut rein gerutscht und so weiter ich freue mich dass ihr so fleißig bei mir geklingert habt die ganzen ausrüstungstests die ich eigentlich machen wollte ja wurde ja alles nichts werde ich alles nachholen im wintercamp ich wünsche euch dann auf jeden fall noch was genießt wenn ihr schabt schnee weil so oft werden wir den wohl nicht mehr kriegen aber ich hoffe dass im wintercamp wenigstens ordentlich schnee liegt ja ja ähm fahn verloren gut ich wünsche euch was bleibt mir treu und bleibt gesund bis zum nächsten video tschö du m Untertitelung des ZDF, 2020